XC im Arbeitstempo antraben, Leichttraben, C linke Hand. Nach E, links um, im leichten Sitz über die Stangentraben, danach Leichttraben bei Erweichen des Hufschlags, rechts um. Nach A, auf die Viertlinie abwenden, Übersprung 1 springen, danach rechts, dann noch weiter reiten, leichter sinken. CXC, auf dem Zirkel geritten, einmal herum. C, durchparieren zum Arbeitstraf, Leichttraben und ganze Bahn. Nach B, rechts um, im leichten Sitz über die Stangentraben, danach Leichttraben bei Erweichen des Hufschlags, links um und durchparieren zum Schritt, Mittelschritt. A, im Arbeitstempo antraben, aussitzen. Nach A, auf die Viertellinie abwenden und Übersprung 2 springen, danach im Linksgalopp weiter reiten, leichter Sitz. CXC, auf dem Zirkel geritten, einmal herum. Dabei zur geschlossenen Zirkelseite, durchparieren zum Arbeitstraf und aussitzen. C, ganze Bahn. E, durchparieren zum Schritt und an langen Zügel bis zur kurzen Seite vorziehen. Vielen Dank, Tabea. E, durchparieren zum Schritt und an langen Zügel bis zur kurzen Seite. Vielen Dank.